Herzlich Willkommen zurück hier bei GTA 5 und Travers Gute Mann hier. Wait, ich habe ein U-Boot gesehen, Trevor. Unten am Hafen, auf einem Schiffte-Daisley. Du könntest irgendwie die Taue kappen oder vielleicht gibt es einen Schalter zum Runterlassen. Okay, ähm, ja. Fotos erhalten, das ist schön. Gut, ähm, ich muss mich erst mal wieder rein... was? Ja, ja. Ich muss mich erst mal wieder ein bisschen reinfinden, da die letzte Aufnahme schon... puh, deutlich über eine Woche her ist. Ähm, ja. Mittlerweile ist die... Ja. Mittlerweile ist die große Hitze um. Ähm, sie kommt jetzt dann bald wieder. Und ich habe hier einen Bildschirm vor mir stehen. Das heißt, ich habe hoffentlich jetzt nicht mehr das Problem, dass er ausgeht. Also, bis jetzt in den Test hat er einwandfrei funktioniert. Was die alles spammen, wenn der Tag lang ist, ist echt unverschämt. Halt. Halt. HS müssen wir doch. Oder? Da unten. Ich schätze mal, da wird das U-Boot sein. Ja, E-Mails, wissen wir doch. So, dann gucken wir mal. Ach, voll komisch. Nach so langer Zeit hier wieder rein. Es gab irgendwie ein paar Updates. Ähm, die waren aber, glaube ich, nur für Stabilität und Kompatibilität. Also war, glaube ich, nichts sonderlich Erwähnenswertes dabei. Ja, zumindest wüsste ich für nix. Swit. Uah. Mazebang Arena. Uah, rechts. Hier kann man sich schnell mal verfahren in dem Hafengebiet. So. Ja, aber es ist doch interessant, wenn man dann mal so eine Woche Pause macht. Da hat man dann irgendwie schon wieder Bock zu spielen und denkt sich, ach ja, wir haben so viel aufgenommen und so weiter und so fort. Was? Helik-Krieg, wo den wir auspassen. Aha. Ja. Ich gucke jetzt erst mal hier nach dem U-Boot und dann gucke mal nach Helikoptern. Eins nach dem anderen. Wow. So. Komm. Gut. Immer schön eins nach dem anderen. Jetzt kommen wir ja noch völlig durcheinander. Uah. So. Eigentlich schon geil hier auch, wie sie das Hafen... Hafenviertel, sag ich mal, jetzt gestaltet haben. Ah, okay. So nicht. So nicht, Freundchen. So. Farte. Scheiß drauf. Da hinten hin, okay. Hol dir das Tauchboot. Da oben hängt's. Gehen wir mal aufs Schiff, oder? Aber fahren wir erst mal näher ran. Muss man nicht so weit laufen. Nun. So. Okay, da oben ist wohl ein Wärter. Aber der ist ja da drüben. Der dürfte uns nicht bemerken. Auch wenn wir gerade nicht wirklich reise waren. So, was tun wir hier? Hier. Ah. E. Okay, das ist jetzt nicht unauffällig. Lass uns mal sehen. Nee. Echt? Hier geht's jetzt nicht rund. Oh doch, jetzt kommt Dana. Ich hab. Schwimmen hoch. Komm. Komm. Was? Komm. So. Verdammt. Das Ding treibt weg. Huah. Alter. Kletterer auf das. Ja. So, jetzt muss ich erst mal. Wegrangieren. Komm, geh an. So. Wegrangieren. Oh. You gotta help me store it for a few days. Yellow Submarine. Yellow Submarine. Floyd. Don't go quiet on me. I'll come around and I'll, well, we both know what I'm talking about. Okay. Da oben. All right. They're breaking around the Pier 400 at the western dock's. On my way. Look, I'll have a truck to bring you around the way. Was ist das? Der Union Mann macht ein Honest Day's work? Es gibt nichts Honest über das, Herr. Das ist ein Honest Day's work, wenn ich einen gesehen habe. Hey, wir sind nicht jemanden. Nein, aber niemanden, außer jemanden, der das Submarine und die Mercenari-Folge auf dem Freighter. Mach mal ein bisschen Forschung auf Meriweather-Security-Consulting, Freund. Sie werden auf den Angriffen zu stellen, wenn die Regierung nicht alle ihre Kontraktoren, aus welchen Führer, Militär oder Ziviler. Sie sind des Prädestes, sie arbeiten wie sie sind. Mörder, Verzüge, High-on-Power-Gunst und Steroide-Anabonist. Schatz, Mann. Ich weiß nicht so, was es. Oh, Sie sind richtig. Sie sind nicht. Meriwether are employed by the richest, greediest scum on the planet to shit on the poorest and the neediest, so we are going to enjoy shitting on them. Oh great, I look forward to that. Okay, well that's more like it. Wo muss ich jetzt hin, verdammt? Ähm. Hier rum. Ähm. So. Ne, doch. So. Jawoll. So passt's, genau. Gehen wir wieder mal ein bisschen in die Tiefe. So. Also das mit dem... Wow. Das mit dem U-Boot hier gefällt mir echt gut. Ja, schrauben wir ein bisschen an. So. Was nimmt man da? Krass, okay. Eigentlich schon geil. Können wir eigentlich auch die Ansicht... Jetzt muss ich hier mal kurz aufpassen, dass ich hier nicht... Ach was. Uah. Ey, das ist doch mal geil. Okay, man sieht ja nicht wirklich, wie tief man darf. So. Jetzt... ...nach links abdrehen. Jawoll. So. Eigentlich echt nice. Mit dem U-Bötchen hier. Ja. 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 Schlau. Ja, und mittlerweile durften wir auch einiges an Folgen auf dem Channel haben. Und da bin ich mal gespannt. Noch ist ja nicht wirklich viel los. Ist ja auch noch alles sehr neu. Aber... Vielleicht mache ich jetzt demnächst mal einen Channel-Trailer oder so. Ähm... Was kommt da? Von oben eine Plattform. Okay. So. Ja, und dann ist natürlich auch die Frage... Ich habe jetzt gerade Zeit, ob ich parallel noch was aufnehme. Da könnte es dann eventuell mal... ...was geben wie... Wie Floyd. Ich wollte sagen wie Banished, The Long Dark... Äh... Tropico 5... Und so weiter und so fort. Da habe ich nämlich echt noch Bock drauf. So, jetzt muss ich wahrscheinlich... Ah, okay. So, da haben wir's. Das jutes Stück. Na, wo versteckt man ein U-Boot? Okay. Oh, was machst du? Es ist Zeit! Let's go! Voll gut getarnt. Sieht mir überhaupt nicht, dass ich um U-Boot handel. Okay. Ist das ein LKW der Travel Phillips Industries oder wie? Industrial... Na ja. So, jetzt gucken wir mal... Wie... ...bringen das Tauchboot zum... Lagerhaus. So. 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 Das wird so geniales. So. Wir rennen hier auch mal weg, aber nur weil ich die Karre haben will. Hallo. Karre. Ist das seine? Und deshalb können wir nicht rein. Alles so gut. Aha. Ach komm. Ist doch wurscht. Die haben uns doch eh nicht bemerkt. Mord. Huhu Trevor. Hast du vergessen, dass du mir den Geflohenen bringen wolltest? Geh und such ihn. Ähm. Den Geflohenen? Ja, Heli. Mach mal dann. Ach ja, den. Wenn ich bloß wüsste, wo das wäre, das war doch das Problem, dass wir keine Ahnung hatten, wo das ist. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo das sein soll. Gucken wir jetzt mal nochmal auf der Map. Vielleicht haben wir ein bisschen mehr freigeschalten. Aber, nee, hier ist das doch auf keinen Fall. Ich würde schätzen, wenn dann hier oben irgendwo, aber da haben wir so wenig aufgedeckt. Das macht keinen Sinn. Also, die gute Frau müssen wir noch ein bisschen warten lassen. Ähm. Achso. Habe ich hier gerade gesehen, irgendwas mit Heli? Da oben. Würde ich sagen, gucken wir mal da hin. Und dabei können wir noch ein bisschen Teile der Map freischalten. So. Boss. Ich sollte dich dran erinnern, dass wir diesen Heli... Ah, genau. Nö, habe ich nicht vergessen. Aber danke trotzdem. So. Ein Auto. Da vorne gibt's. Wäre natürlich jetzt geil, wenn wir einen einigermaßen schnellen Schlitten finden, weil die Entfernung doch relativ groß ist. Blister. Ach ja, warum eigentlich nicht? San Andreas war da ganz in Ordnung. Das GTA, das ich bis jetzt wohl mit Abstand am längsten gespielt habe. So. Natürlich auch Sam. Da sind andere erst Multiplayer. Aber ich denke, den müsste eigentlich jeder kennen. Also wäre Sam nicht... So. Ja, das ist jetzt nicht... Der Super-Sportwagen schlechthin, aber... Es geht. Uah. Wobei man sagen muss, in... San Andreas war da noch... Besser zu fahren. Noch direkter. Noch sportlicher aufgesetzt wie hier. Hier ist jetzt ein bisschen schwammiger zu fahren. Biegen sie rechts ab. Ja. Gut. Das... Eieee. Entschuldigung. Ja, gut. Hm. Komm. Rechts rum. Wow. Ja, die Karre ist sehr schwammig, um es genau zu sagen. Bei hohen Geschwindigkeiten. Vielleicht finden wir noch eine Alternative. Okay. Boah, wir werden das... Wir versuchen doch gerade eigentlich auf den Highway zu kommen, oder? Aber ist das so, ne? Ich dachte, die Dichte an Schnellstraßen wäre hier größer. Was haben wir denn da? Ein nettes Arsenal an... Sportlichen Autos. Ähm... Der hier... Ist nicht schlecht. Obwohl... Ne, den will ich... Nein, ich will den da vorne... Ich hab doch gerade... Entschuldigung, aber der sieht einfach geil aus. Ja, ist ja gut. So. Ja, das ist halt ja gut. Ja, ich hab dich auch sehr vermisst. Ich kenn dich zwar nicht, aber ey, ich hab dich vermisst. So. Ähm... Jetzt fahren wir mal... Dahin noch zum... Zu unserem neuen Helikopter. Okay. Huhu-Bong. Mist. Jetzt hab ich gedacht, ich kann den einfach schön drunter schubsen. So ist es dann auch nicht. Ganz so einfach ist es nicht. Brrrr. Brrrr. Ja, gut. Ähm... Was, da könnte mir jemand helfen? Ne, jetzt ist es schon vorbei. Mist. Okay, wenn wir dermaßen... Speed haben, können wir auch vorbeifahren. Dann nützt das wohl nichts mehr. Den armen Menschen... Zu helfen. Boah, ich muss das mal wieder reinfinden, ey. Nein, die erste Folge ist schon fast rum. Ja, das hat ja gut funktioniert mit dem Reinfinden hier. Naja. Nächste Folge gibt es wieder mehr Gequatsche. Die werden es noch ein bisschen stillen und ein bisschen... Setup-Geprüfe. Hat sich ja doch ein bisschen was verändert. Müssen wir jetzt mal wieder gucken, wie hier alles läuft bis jetzt. Sieht's gut aus. Ja. Uah. So. Ach was, jetzt kommen wir hier zur Militärbase. Die Brücke in der Tunnel sind ja berühmt-berüchtigt. Wenigstens kann man ja mal Topspeed fahren. Ach, ein HS ist genau da drüben. Hä? Hä? Hat denn das auch... Hat denn das gerade da geschrieben? Naja. Okay. Wie wir den Helikopter holen, sehen wir dann in der nächsten Folge hier bei GTA 5. Tschüss. Tschüss. Tschüss.